Hey, ho! Willkommen zurück zu The Minish Cab! Okay... Hm, hier ist wohl das Dorf der Wald Minish. Äh, ja, kommen ja schon die kleinen Leute. Schnemm hier! Okay... Schnemm nie! Sitzios! Okay... Äh, der letzte... äh... Neretna... Net-riff-nes-sum-sat. Jo, ist klar. Sie haben offenbar schon lange keinen Menschen mehr gesehen. Was? Du konntest sie nicht verstehen? Das war die Sprache der Minish. Kein Wunder, dass du sie nicht verstehst. Ich habe auch kaum etwas verstanden, weil sie einen eigenen Dialekt haben. Na, irgendeiner hier wird uns schon verstehen. Suchen wir ihn! Na, wenn du meinst... Na du? Uts, dagastab... ähm... was sagst du? Aha, ich kann es übersetzen. Na, im Prinzip reden die eigentlich nur rückwärts. Also sollte... Es ist nicht so schwer zu verstehen. Was sagst du? Hm? Die sagen alle dasselbe. Okay. Dann rollen wir mal nach oben. Hier rach doch bestimmt irgendwo so ein Herzteil, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ich hier hinten hingehe. Ah! Wunderbar! Herzteil erhalten. Jetzt hast du zwei Herzteile. Noch zwei und du hast ein Herz mehr. Wunderschön ist das. Wunderschön. So, dann gehen wir doch mal in diesen prachtvollen Verlast hier rein. Hallöchen. Oh! Nanu, du siehst ungewöhnlich aus. Bist du etwa ein Mensch? Es ist lange her, dass ein Mensch hier war. Ich verstehe eure Sprache. Mein Name ist Fester, der Priester. Und ich wache über den Schrein hinter mir. Du scheinst Probleme zu haben, da du unsere Sprache nicht verstehst. Südlich von hier ist ein Fasshaus. Dort gibt es eine Quatschbärne. Wenn du die Quatschbärne isst, kannst du unsere Sprache sprechen. Ja, klar. Okay. Dann fuddern wir halt eine Quatschbärne. Wo finden wir die? Genau, das war doch hier in dem Fasshaus. Genau. Äh. Unten. So, Mahlzeit, Leute. Dann ist so bestimmt die Quatschbärne. Ah, Kindchen! Das ist die Quatschbärne, von der Fester erzählte. Dann lass uns gleich mal davon probieren. Okay, ist die Quatschbärne, dann kannst du mit den Männisch reden. Nom, 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 nom. So, kann ich jetzt mit dir faseln hier? Du hast also die Quatschbärne gegessen und kannst uns verstehen. Der Älteste sagte, die Menschen von heute könnten uns nicht mehr sehen. Unglaublich, dass du uns sehen kannst. Ja, ich bin ein Magier. So. Dann gehen wir mal zurück zu Fester. Was wir jetzt jetzt sehr gefordert haben. Na ihr, Leute? So. Du hast die Quatschbärne gegessen? Über das Schwert weiß ihr nichts. Der Älteste weiß bestimmt mehr. Na gut. Wo habt ihr euren Ältesten gefangen gehalten? Irgendwo im Keller bestimmt. Ah, der ist hier in dem kleinen Häuschen. So. Hallo Ältester. Oh, du sprichst die Sprache der Männisch. Hier gibt es zwar nichts, aber bitte. Bleibt doch und ruht euch aus. Nein, nein, vielen Dank, aber wir sind in Eile. Mein Name ist Ezelo und das ist Graf. Wir müssen Prinzessin Zelda vom Flug des Hexenmeisters bekreien. Wir wollen das zerbrochene Schwert der Männisch hier reparieren lassen. Ach so ist das. Ihr seid gekommen, um das Schwert reparieren zu lassen. Um das heilige Schwert zu erschaffen, braucht ihr die vier Elemente. Die Elemente enthalten die Energie dieser Welt in konzentrierter Form. Wenn man diese Kraft auf das Schwert überträgt, gewährt es das heilige Schwert. Ich kann euch sagen, wo sich die Elemente befinden. Ah. Schön eingezeichnet. Das Erdelement ist im Schrein möglich vom Haus des Priesters. Priester Fester wird euch sagen, wie ihr zum Schrein kommt. Im Schrein wohnen inzwischen Ungeheuer, deshalb gebt Acht. Wenn ihr das Erdelement gefunden habt, kommt wieder hierher zu mir. Ist klar. Machen wir doch gerne. Gut, Fester, ich bin unterwegs zu dir. Mein Freund, bist du. Ah ja. Du willst zum Schrein? Bitte, hier entlang. Okay. Pass gut auf, denn dort hauen Ungeheuer. Da ist es gefährlich. Gut, aus der Rhein. So, wieder im Thuluria-Wald. Und hier waren wir schon mal. Da haben wir das Herzteil gesammelt. So, und rein in den Schrein. Waldschrein. Hier, hier ist also der Waldschrein. Hier, hier soll der Monster leben. Was ist? Zögere ich? Äh... Ja, ich bin bei dir. Na gut, dann gehe ich eben vor. Nein, warte, wir gehen zusammen. Okay. So, zack. Das ist ja doch schon eine Weile her, dass ich hier war. Hier, Kleinis. Weckschlein. Weg. Ah, du auch nochmal hier. Zack, zack. Und du bist auch nochmal. Zack, zack. So, dann machen wir mal die Fackeln an. Dap. Aufstehen. Und zack. Ah. Eine Truhe. Kleinen Schlüssel erhalten. Er öffnet verschlossene Türen und Barrikaden in diesem Dungeon. Das nenne ich ja, äh, toll. Na nu, eine verschlossene Tür? Ja, ich habe einen Schlüssel dafür. Ah. Gut, okay, hier kann ich noch nix. Ih, 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 Ih. Nein, 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 nein. Kommt nicht näher. Ah. Ah, Rubine. Ja. Gut. Hm. Kann man diesen Hebel vielleicht herausziehen? Drücke R, um den Hebel zu greifen. Drücke zusätzlich nach unten, um zu ziehen. Alles klar. Zack, 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 zack. Ah. Gut. Dann nehmen wir mal diesen komischen Wackelpilz hier und, äh, ploimp. Gut. Nein, die geht nicht. So, weh, jetzt kommt noch mehr nach unten. Ne, kommt grad nix. Gut. Igis. Nein, nein, nein. Ach, hier kann ich, kann ich, äh, äh, ähm. Das ist ja ein riesiges Fass. Ach so, beinahe hätte ich es vergessen. Nicht, das Fass ist groß. Wir sind so klein. Okay. Sind wir das, ne? So, komisches Ding hier. So, zack. Gut. Schon mal ein wenig abgefackelt vom Fass. Das hat ja schon mal was Gutes. So. Ach, das Fass kann ich noch nicht drehen, also müssen wir denn hier hin. Ah ja. So, ich kann hier noch nichts tun. Also müssen wir das Fass weiter anbörnen. Ach so. Natürlich. Nein, äh, jetzt bin ich runtergesprungen. Also noch einmal. So. So, alle hopp. Zack. Und zack. Das Fass ist frei. Wir können es jetzt in alle Richtungen bewegen. So. Gehen wir mal los. Zack, 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 zack. Ah. Jetzt kommt schon weiter. Du, 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 du. Und zack. Okay. Ähm. Ich hab, glaub, keinen Schlüssel, ne? Nein. Das heißt, hier kann ich gar nichts machen. Also müssen wir in die Richtung räumen. Ähm. Huch, Kindchen, das Fass hat sich bewegt. Nein. Sag bloß. Du bist ja ein Blitzmerker. So. Ähm. Nein, noch nicht ganz. Nein, noch nicht ganz. Äh. Noch mal. Du, 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 du. Irgendwann muss das doch hier weggehen, ne? Ähm. Oder nicht? Ähm. Wie waren das denn mal? Ja. Das ist ja bald durch hier. Ne, hier bin ich noch... Ah ne, hier bin ich richtig. Okay. Ja, aber es ist doch schon zu lange her, dass ich das Spiel nicht mehr gespielt habe. Alles kann ich dann nicht mehr wissen. So. Du musst aktiv eigentlich mal sterben. Gibt's mir was? Nö, könnte ich nicht. Ah ja. Okay. Ich zieh ihn mal nach ganz hinten. Und schawusch. Ah. Eine Truhe. Die Karte. Dungeon-Karte erhalten. Betrachte die Karte. Blaue Räume hast du bereits betreten. Ein Raum, der blinkt. Zeig an, wo du dich gerade befindest. Wähle ein Stockwerk aus mit, ähm. Den Steuerpuls. Äh. Pauten. So. Und. Tep, 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 tep. Und. Komm. So. Dann. Gehen wir mal hier weiter. Nein. Äh. Gott. Diese doben Dinger. So. Hier. Komische Schmeutepiegel. Komm mal her. Ja. Flap. Flap. Tot. Wenn wir doch nur etwas hätten, was wir auf den Schalter stellen könnten. Ja. Ich finde das schon was. Guck mal hier. Eigentlich könntest du auch einfach von meinem Kopf runter gehen und die Kreuz auf den Schalter stellen. Ich würde dich auch natürlich wieder abholen. Aber nein. Ich muss ja dieses Fasstechen schieben. So. Okay. Hm. Drücke und halte eher, um Dinge zu greifen. Drücke zusätzlich das Steuerkreuz, um etwas zu ziehen oder zu schieben. Ja. Ist ja gut, Mami. Ich hab's verstanden. Äh. Äh. Zack. Zack. Ja. Zack. Yay. Kleiner Schlüssel. Eröffnet verschlossene Türen und Barrikaden in diesem Dungeon. Na, das finde ich doch toll. Ja. So, jetzt muss ich irgendwie wieder hier rauskommen. So. Äh. Ach so, ich kanns noch nicht zerschlagen. Link kann noch nicht so viel. Okay. Da muss ich leider ein Herzteil, da komme ich noch nicht ran. Also müssen wir zurück zum Pass. Damit werden wir jetzt den Schlüssel haben. Kann ich ja jetzt endlich da hin, wo ich hin wollte. Na, nochmal halt so. Jetzt kommen wir hier auch weiter. Zack. Okay. Ich stehe mal hier hoch. Oder gucke ich mich hier noch weiter um. Ah, so viele Wege. Ja, ich gucke jetzt mal hier unten weiter. Was ich hier noch so finde. Und scha boink. Ah, ich werde doch fast ins Wasser geplumpst. Ah ja. Gut. Dann ziehen wir dich mal. Und scha boink. Gut. Ich muss mich hier echt umgucken, weil ich wirklich nicht mehr weiß, wie hier was ist. Hep. Nein. Äh, nein. Oh nein. Komm schon, der geht auch mal weg. Nein, nein. Ich laufe dauernd in den Reihen gerade. So, hep. 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 So, eine Rubin habe ich leider nicht mehr gekriegt. So, dann schieben wir dich mal hier hin. So. Was kam jetzt? Oh mein Gott, die Käfer. Die Akkro-Käfer. Tapp, 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 tapp. Tapp, tapp. Nein, 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 nein. Hier kriegt er nicht durch. Zack, zack, zack. Tot. Einen Schlüssel. Kleinen Schlüssel erhalten. Ja, er öffnet und ist toll. Würde eine Rubin möchtet haben. Dankeschön. Okay. Dann war es ja doch richtig, dass ich hier zuerst hingegangen bin. So, alle hopp. So, was haben wir denn noch hier? Ah, ja, hier, komische. Käfer. Nein. Käfer. Käfer. Okay. Wohin jetzt? Hier hin? Ich weiß es gerade nicht. Oder doch hier hin. Ich muss gucken. Einfach schauen. Ah ja. Wir können ja bestimmt auch einiges tun. Das müssen wir zack, zack machen. Äh. Bestimmt muss ich dich wieder da hin. Ja gut. Das kann ich noch nicht einsammeln, aber ich kann hier was tun. Ja. Und was bekomme ich? Den Kompass. Du siehst, wo sich Dinge verstecken und so weiter und so fort. Gut. So. Tap, 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 tap. Wer können wir jetzt hier hin? Okay. Ja. Gott, haben die mich erschrocken jetzt. Ja, geh weg. Geh weg vom Schalter. Das ist mein Schalter. So. Wenn ich hier runtergehe, wo komme ich? Nein, da will ich nicht hin. So. Okay, hier kann ich auch noch nichts machen. Dann kriege ich hier vielleicht irgendwo ein Herz. Wäre irgendwie schön. Ähm. Sieht aber nicht so aus. Kann ich euch eigentlich damit abdrücken? Ja, dann muss man auch treffen können. Na, komm, egal. Ich geh jetzt hier rein. Oh, da ist ja schon das Ding. Okay. Hepp. So. Ein Raupi. Ein Riesenraupi. Hepp. Zack, 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 zack. Jetzt geht er völlig durch hier. Nee. Er hat jetzt vor mir gearbeitet. Böbbel, 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 böbbel. Böbel, böbbel, böbbel, böbbel. Hepp. Zack, 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 zack. So, er treibt ja durch. Böbel, böbbel, böbbel. Jo, jo. Mach nur noch. Nein. Ja. Na. Kommt schon. Kommt schon. Und zack. Und nochmal. Depp, 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 depp. Und tot. Kaputt. Ja, magischer Krug erhalten Drücke den Knopf, um den Sog zu aktivieren und lass ihn los Um das Angesaugte wegzuschießen Lege das Item im Itemmenü auf A oder B Wunderbar, haben wir das Ding schon mal Und ich sage, hier mache ich erstmal Pause und bis zum nächsten Mal Tschüss